Sie haben Freude am Malen und Zeichnen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Fähigkeiten Schritt für Schritt verbessern können. Wie Sie mit Farben gekonnt komponieren und Ihren Bildern mehr Ausdruck geben. Für Ihr ganz besonderes Hobby gibt es jetzt Freude am Malen und Zeichnen. Das neue Sammelwerk voller praktischer Übungen und Tipps, die Ihnen helfen, Ihre Ideen in Öl, Aquarell, Acryl und vielen Zeichentechniken noch besser zu verwirklichen. Freude am Malen und Zeichnen. Jetzt ganz neu bei Ihrem Zeitschriftenhändler. Vielen Dank.